ein netz quack und willkommen hier global adventures wieder am start livestream mit dalukard und ich hab gedacht ich schmeiß mal die aufnahme wieder an auch wenn es mal ein smurf ist und entmute mich mal das war eine schicken ist hot lege ich die bombe und der schießt mir immer voll ins gesicht ey was ist los mit dem 42 und 1 nene nene Da muss er wieder voneinander kommen. Ja denkst du auch. Ah. Das läuft doch gut, das ist so ein guter Start. Nein. Schnitzel. Ich wusste es doch. Das wird ja wieder nix. Elmatch schon wieder lame. Meinst du es einfach oder was? Also Nordwind, nein jetzt haben sie ja jetzt Waffen mal schon. Ja. Sonst war nur einer auf B. Das stimmt ja. Das ist ein bisschen komisch. Naja vielleicht haben die gesagt, okay komm hier Echo Rush bitte. Kann er sein. Und schneid es nicht mehr. Nicht mehr. Ne. Gut runter gemacht aber dann. Okay. 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 Fuck los. Okay. Der ist tot. Mario du hörst mich ja gerade. Weißt du noch was ich das letzte Mal gegen den Sound Bug getan habe? Hast du da ne Idee? Hast du da ne Idee? Also dass ich so ganz... Ich hör nur auf den Knister. Dieses Knister Geräusch. Das wegbekommen hab. Da mein Herzicht wird ausgesetzt. Eieieiei. Ach Servus Diggerin. Der ist auch am Start hier. Es war schade das Let loose gerade ein bisschen arg gedroppt hat. Er bin hinten durch gelassen und dann noch nicht gekillt. Naja passiert. Moral, aber was wird hier passieren. Wo? Wo? Was ist denn schon hoch gegangen sein? Einer Brunnen? Noch einer Brunnen, zwei Leute. Ja ich kann nicht. war gut am loch schade da drei leute oben stehen kannst du nichts machen das stimmt schon mannheit danke für deine 5 euro donation schau doch mal wie wir pushen können am loch unten auf jeden fall ich komme an A schön schön schau doch nein das wäre mein smoke kill geworden oder mein flash kill in dem fall ja ja das stimmt das stimmt ja das war mein flash kill mach willst du eine avp ich muss offensiv spiel ok schade ich hab die ich habe die oh egal das ist gut lumpy willst du die avp? ich bin nicht gut danke auch danke noch eine Tür kaiser raffi für deine 10 euro donation vielen vielen dank für deinen support nice support ach shit ich weiß echt nicht mehr was ich gegen den sound bug getan hab dann brauchst du eine waffle liquid ne ich hab und auch Geld we oh Okay. I'm planting a E. Big Kang is in. Trying to plant liquid. No, no, that's nice. I'm going to go. Connector. Yeah. It was a good round liquid, but that's not the plant. It was just a plant, right? Why does he have no weapon? Grün. Der 12900 hat keine Waffe. Sven, danke schön für deine Donation. Aber das ist leider nicht der Junger. Vielen, vielen Dank. Ist nur ab und zu, so als wenn die Sound-Kanäle voll laufen. Aber das hat mich eigentlich schon mal behoben, das Problem. Was ist hier irgendwo noch eine Arbe? Ja. Da lag sie. Ich könnte einen kaufen. Ja nein, ich brauchte kein neues Audio. Ich glaube, wenn ich das neue Headset dran mache, geht das weg. Danke. Oder vielleicht mehr Strom auf die USB-Ports legen. Also ich habe noch zwei Möglichkeiten. Ich glaube, mit dem anderen Headset ging das weg. Okay. Uh, das war knapp. Ganz schön. Gut. Sehr gut. Ich sehe mich, dass ich ihn voll aus dem Latschen haue. Bezüglich. Ich sehe mich, gut. Ist nicht einfach. Ich sehe mich, wie ich ihn voll aus dem Latschen haue. Eieiei Eieiei An Nades haben diese mal voll erwischt Meiler wurde stand 2 mal gehitelt Man kmann ich showers Ich hätte es nicht schöner sagen können. Genau. Das ist einfach. Aber so viel Widerstand leisten die noch nicht. Ah nein, eigentlich nicht. Jetzt kommt einer gleich raus ins Loch. Ah, f**k. Das ist einfach. Das ist einfach. One chicken, one right side fountain. Hinterbrunnen war noch. Good job. Vielen, vielen Dank, 2Hack, für deine 5 Iron Nation. Denna ist 2Hack, very friendly. Grün rastet aus. Ja, Ventrix, da könntest du recht haben. Du hast die Bombe weg. Ah. There you go. Fountain, der hat mich gleich, obwohl der gut kassiert. Fuck, der hat mich. Dafür habe ich ihn assaziniert, den Bengel. Ja. 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 AWP Let loose, worst fucking server. Der Typ ist einfach der Schlecht, ey. Alain, wie die ersten Schüsse wieder verzogen hat, der Boy. Ich sehe gar nicht. Wie konnte ich den verfehlen? Jetzt brauche ich Hilfe. Was hat er eigentlich gesagt? BLEAN? Äh, B-Bong. BOOM! Die naten uns trotzdem voll gesessen haben. KOB! Keine Sache, diesen Sound fixen könnte er die noch, aber ich habe irgendwie Angst, dass ich dann kurzzeitig oder nichts mehr höre. Okay. Und was ist das, so ein komischer Sound da? Ja, zwischen die ganze Zeit oder was? DROP DIGEL, GLAD! Warte kurz. Okay. Danke. Nee, das ist voll von... ...nichtern, das ist echt komisch. So ein Soundfehler halt einfach, wenn mehrere Sound-Kanäle gleichzeitig... ...sozusagen aktiv werden. Also, mir geschickt das halt direkt. Ist nicht störend oder so, aber ich werde es halt. Ach, der stand da unten. Den habe ich jetzt nicht geblieben. Ist der hoch? Ich bin da runter gegangen. Long B. Oh fuck, der hätten nochmal beide fallen können. One more Long B, 50 HP. Kacke, jetzt da... ...die Runden, in der ich die M4A1S mitnehme, äh... ...das ist die Runde, wo sie zu zweit hintereinander stehen, äh... ...da, mit der AK, wenn sie beide umgefallen. I go B. Drop. Stop. Der Lumpi jetzt hält auch nur Kacke, äh... Inwiefern? Er hat irgendwann nur Team geschoben. Wie lang ist ihm's Claire? Ja. Looks like a... Long, long, long. Long, long, long. Long three guys. Wow, that one click though. One down, one more long. One down. Nice one. Thanks. Off A gelegt. Ja. Auf A gelegt. ... Vielleicht ist es mal wieder schuld. Ne, noch nicht. Wird auch nix. Jetzt kannst du anfaken, einfach nicht durchziehen. Falsche Richtung, kostet zu viel Zeit. Aber geh doch einfach hin, und entweder stirbst du oder nicht. Ja, tötz. Das ist ein guter Job sein, was der falsche war. Der ist echt echt. Der ist echt. Echt? Ja. Echt? Ja. Gott, die beiden gehören zusammen. Bestimmt, ja. Halt die Fresse. Der ist Forced dabei. Die beiden. Unter dem ganzen Ort. Ja, ja. Einer ist davor, glaub ich. Oder auch nicht. Ich hab zwei geholt, zwei Stück noch, einer an der Steinwand, einer aufs Spot. Einer war schon durch. Nochmal Boost, weil die können ja nochmal da kommen. Ja. Ja. Haben sie ja diesmal nicht gerafft. Aber das war ne schöne Runde, ey. Movin, Movin! Movin! Die SX-7 am Koppel ist echt stark. Das stimmt wohl, ja. Oh, fuck, sorry. Irgendwie ist ein Misch. Movin! Nice. Wer hat den Aros? Deploying, Flashbang. Hoin wieder. Hoin wieder! Hehehe. Ehm, um die Kurve. Ähm, Alter, rastet der voll aus. Let loose ist... ...so ein Lappen. Den hat er aber, das ein Hit... Okay, noch nicht. Das ist getan, den hat er nicht. Wow. Und mit der AWP war der gar nicht so schlecht. Und dann trifft der einfach mal so gar nichts, ja. Hm. War cool. Wolltest du einen Boost? Äh, schaffst du ja nicht. Na, die Runde war... strange. Ah, one stinkt. Okay, good job. Die stehen direkt in den Kopf. War noch mehr auf A? Ja. Und jetzt kommt noch Oompa Loompa. Ja. Ah, komm mal, noch mal Boost. Let's go. Ja. Ne, ne, ne. Das ist nicht gut. Er könnte kommen, weil er mich getroffen hat. Grenade out. Flirt. Blatt. Drift unter. In PC. 1-B-1. Ich bin nicht mehr auf. Das war das smoke, aber lebt auf, Donner. 1-B-1. 1-B-1. LOL. Mein Sound ist weg. LoL. Mein ganzer Sound war kurz weg. LOL. Ranch. Ja, aber er dinkt mich, ich habe nur 11 ATP. Boah, jetzt bin ich wieder auf dem Standbild. Da ist er schon durch. Na, ich hab ja wieder Probleme. Ich muss einmal kurz meine E-Mails checken, deswegen bin ich gerade auf dem Desktop, Leute. So, deswegen hört ihr gerade nichts. Es ist nur ein Unterschied, wenn ich keinen Sound habe. Alle Klärchen. Drago, Draconi, 11 Monate, vielen, vielen Dank. Sehr gut, Drago. Da ist noch jemand. Der hat mich, da habe ich gegabrytet. Ich dachte, ich treffe ihn, wenn ich mich aufgeregt. Colby. Ja. Alle Balken. Wow. Und der eine hat mich komplett geflasht. Oha. Oha. Warte. Einmal vielen, vielen Dank für Kaiser Ruffy für eine 10 Euro Donation. Sehr nice. Immer schön freundlich bleiben. Sehr nice. Dafür wieder einen kleinen Hype und versuchen wir es mal hier umzusetzen. Und gleichzeitig noch vielen, vielen Dank und einen großen Hype. Oder auch einen kleinen Hype. Zusammengehörern ist nicht irgendwie minder oder mehr wert, whatever. Ähm, ich will euch beiden gleich viel Dank. Vielen Dank an TwoHack für 300 Euro Donation. What the fuck? TwoHack übertreibt wieder, sehr nice. Vielen Dank, aber wie gesagt Kaiser Ruffy auch für 13 Euro und für jeglichen Support bin ich sehr dankbar. Trotzdem Riesenhype für euch beide. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke. Dropper 6 HP. Window. Der Fenster nur 6 HP. Fuck. Aber sehr guter Versuch. Liquid hätte ich fast gehabt. War wirklich knapp. War schon nice. Will da um die Ecke ziehen. Du musst aber trotz Pferken mich nicht so hoch loben, das war ein OneClick, den ich da gekriegt habe. Ja aber den hättest du falsch. Roman ist sort of, bitte. Ich habe da gesehen wie du den eigentlich gehabt hättest. Hinter dir. Ich will keine crappy Gefahr, Mann. Die habe ich nicht von dir gesehen. Ich habe jetzt seine genommen, Mann. Ist mir egal. Der hat die ganze Zeit weggeworfen, der wollte sie nicht. Nee. Oh shiit eh. So knapp. Bin nicht hoch. Komm. Der zeigt sich dieạse. Da might be some long B. Echt, 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 Echt Stammage und Sticks 6 damage good nice nice lol der swag ist mit der 7 malte mal Nummer B der lügt der swag ist mit der 7 schick nice da fallen sie alle um wie die fliegen ja vielen dank für dein Kompliment denn das ehrt mich wirklich ja ja mach ich gerne von so einem guten Spieler mal ein Lob zu bekommen ja ja throwing grenade um long glow HP Long glow HP Low HP stimmt nicht er hat über 40 aber danke für den toll sehr nett von dir cool ein toll vor die HP ich habe mich auf Low HP verlassen hab auf Distanz geschossen und es war nicht so Was labern die? Der eine heißt Buzun. What? 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 Hast du ihn durch das Holz bohren klickt? Ja, beim Laufen, ich wollte eigentlich mit den Stinkerput schießen. Sehr schön. Das kam nicht erwartet. Der war richtig geil. Sorry für den letzten Killmann. GG. Kaiser Ruff, ich hab's nicht in-game genannt. Er hat das nicht gehört, dass ich mich aufgeregt habe. Ich war immer nett. Oh, der war richtig lustig. Den muss man sie nochmal grunsch wieder. Definitiv, ich hab den selbst nicht gesehen. Ich hab's nur dann oben gesehen, dass da einer gestorben ist. Und hab's halt gehört. Aber gesehen hab ich da keinen. 71er-Score sollte man schon haben. Ja, seh ich auch so. 71er-Score war schon drin. Und damit... Danke fürs Zuschauen. Nächste Runde kommt die Tage. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, Leute. Tschüüüüüüü.